So, Sebastian Prüsen hat sich jetzt gerade belohnt dafür, dass er nach Dimmendorf kommt. Du bist hier mit? Julia. Julia und? Killerfisch. Killer, interessanter Vorname. Da haben sich die Eltern ja richtig Gedanken gemacht. Ja, wie gefällt's euch hier? Sehr gut. Ja? Es gibt wie Killerfisch zu trinken. Bitte? Es gibt wie Killerfisch zu trinken. Hast du noch eine Dose für mich? Ja. Oh ja. Wie lange macht ihr das schon? Seit zwei Jahren. Gefällt's dir? Super. Gefällt dir der Sebastian? Super. So, das löschen wir nochmal. Auf neu, bitte. Auf neu. Wir haben hier Sebastian Prüsen. Ja, danke. Ich freu mich riesig. Ja, da sagen wir herzlichen Dank an die Damen von Killerfisch. Ganz besonders Dank an Sebastian Prüsen dafür, dass du dich hierfür zur Verfügung gestellt hast. Ja. Ich weiß, das war hart. Ja, so hart ist aber. Ja, man muss das. Ja. Ja.